hallo leute und willkommen zurück zu let's play utopia dem neuen let's play von mir nicht mal ganz allein wieso hängt das jetzt ja schon wieder hallo spiel aufnehmen tue ich ja okay wir gucken was wir machen können als erstes versucht uns wieder die händler gelder übrigens überleitet sich so lange ich aufgenommen habe aber es gab ganz schön viel zu tun und bei gut dem empires war richtig viel krieg und ja ich habe schon mal das einsammeln wie ihr seht heute erledigt keine aktivität entdeckt wir können ja mal gucken was hier so gehen könnte jetzt aussieht ja nicht so viel denn wir sehen ja die gegner hier sind haupt und wir haben keine granaten vielleicht können wir denen hier besiegen aber noch vielleicht also los auf in den kampf zeigen wir den gegnern dass wir richtige bros sind oder wir sterben bei dem versuch und darunter unter ja klar ist das was war das ist missing und darunter und darunter bis jetzt haben wir uns gut geschlagen die haben granaten moment moment akuter bedrohung können in der einen adrenalin rausch genannte schutzreaktion auslösen nutze diesen zustand um den gegner mit einer mächtigsten waffe zu vernichten scheiße wir sterben mist schutzreaktion auslösen steig keine das quieter viele stark Okay, das ist ziemlicher Bullshit. Das kann ich euch hier sagen, das ist ziemlicher Bullshit. Zerstören wir so lange das hier, während wir uns regenerieren. Okay, wir haben damit das abgewählt. Okay, Level 1 Terror hier. Ah, dort läuft das Mannekeen rum. Wir reden erst das Mannekeen und dann die Spinnen. So ein... So ein Dulli hier. Es wird hart, Leute, es wird hart. Ich werde jetzt auf jeden Fall auch wieder versuchen, hier mehr Zeit reinstecken zu können. Okay, gut. Ja, 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 ja. Upgrade geht erst beim nächsten Level. So ein Scheiß. Egal, Angriff, Angriff. Wenn du für die Svoneinanderkampf auskommen bestattet. Alter, was sind denn das Verspasten? Alter. Hier ist ein Schmerz von Schälen. Hier ist ein Schmerz von Grenaden. Habt ihr das gesehen? Ich hatte nicht mal die Chance, das abzuhören, irgendwie. Hat gerade alles rumgespackt. Okay, Leute. Tut mir leid, dass ihr jetzt so viele Niederlagen sehen musstet. Wäre trotzdem schön, wenn ihr den Part mit einem Daumen hoch beantworten könntet. Hey, Matteo, heißt der ja. 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 Ja, wir werden jetzt erst mal zurück zur Basis hier gehen. Aber es werden uns immer noch zumindest 200 Eisen hier. Ja. 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 Ja, Problem. Ja, Leute, wir fahren immer noch nicht, wie es weitergeht. Wir fahren erst im nächsten Part, wie es weitergeht. Aber jetzt im Moment, wisst ihr, wie es läuft, oder? Zieh die Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bis dann und ciao.